Unser Büro ist eine Büropartnerschaft zwischen Hans Ganguly und mir. Wir haben im Moment in Summe 17 Mitarbeiter. Wir machen große Bürogebäude in Wien, die KPMG-Zentrale und ein Hauptthema im Moment ist für uns der Wohnbau. Wir haben uns im Herbst 2016 zum Umstieg auf ACHICAD entschieden. Der Hauptgrund auf ACHICAD umzusteigen war eigentlich das, dass wir mit dem reinen 2D-Zeichner noch ziemlich in der Steinzeit unterwegs waren und dass eigentlich der Wechsel auf ACHICAD sowieso nur der Sprung eigentlich in die planerische Gegenwart ist. Für uns war ganz wichtig, dass es ein BIM-fähiges CAD-Programm ist, wobei ACHICAD wäre jetzt nicht naheliegend gewesen aufgrund unseres Vorgängerprogramms, mit dem wir gearbeitet haben. Wir haben uns Präsentationen zu einigen Programmen angehört und da hat uns eine sehr überzeugende ACHICAD-Präsentation letztendlich dazu bewogen, auf ACHICAD umzusteigen. Was natürlich eine ganz große Hilfe bei dem Umstieg war, war der ACHICAD-Grundkurs, wo uns wirklich die Funktionen des Programms von Anfang an erläutert worden sind und auch die Möglichkeit bestanden ist, dass wir eben direkt arbeiten, unsere Fragen stellen und die direkte Rückmeldung haben. Unser allererstes Projekt mit ACHICAD war ein Wohnbau in Wien. Das war eigentlich ein Glücksfall, weil das ist ein kleinerer Wohnbau mit insgesamt 30 Wohnungen, die aufgeteilt sind auf fünf Häuser und wir haben dort ein extrem kompliziertes Grundstück mit einer stark geneigten Topographie. Diese komplizierten Geländemodellierungen und dieses Versetzen der Häuser auf verschiedene Höhenlagen und dann unzählige Stützmauern, das wäre mit unserer alten Arbeitsweise in 2D eigentlich unmöglich gewesen. Der große Vorteil, den wir in ACHICAD sehen, ist das Arbeiten mit dem 3D-Modell. Also das hat wirklich enorme Vorteile nicht nur für uns Architekten, sondern auch in der Kommunikation mit den Bauherren, mit den umsetzenden Firmen, mit den Fachplanern. Ein geniales Instrument von ACHICAD ist das Publisher-Tool, wo man sozusagen mit einem Knopfdruck ein ganzes Paket an PDFs, DWGs, DXFs erstellen kann. Das bringt eine unglaubliche Zeitersparnis. Man kann wirklich sagen, dass man wirklich effizienter arbeitet. Ich kann persönlich aus meiner Sicht es so beschreiben, dass ich diesen Umstieg gerne früher gemacht hätte. Grundsätzlich sind wir sehr überzeugt von ACHICAD.